Hallo Leute, ich war gestern im Masters of the Dirt und heute auch schon und jetzt im Masters of the Dirt, da, die machen so Sachen. Ich kann nicht glauben, dass es jetzt passiert ist. Und sie waren sehr gut und ich habe auch Fotos genommen, aber die Fotos sind ja nicht auf dem Telefon, ich mache jetzt ein Video. Aber die machen echt sehr sehr schöne Sachen mit so Beugs und so Sachen. Aber echt, echt toll, ich werde auf meinen Tag heute sprechen. Ich bin von meinem Haus in Makadi weg zu dem Event. Dann bin ich schon mit dem Buch, habe ich den Buch gefunden. Dann habe ich Fotos genommen und wir haben alle. Ich habe dann, dann haben die ein sehr schönes Show gemacht. Dann haben sie, dann habe ich diese T-Shirt, ich habe gestern diese T-Shirt gekauft. Dann habe ich Fotos und das sehen sie, Masters of the Dirt. Und die machen so Frontflips mit Bikes und Frontflips und so. Und dann bin ich mit dem Bus von Labranda bis den Event, die die Show gemacht haben. Da bin ich mit dem Bus und dann habe ich sie ein Geschenk gegeben. Dann haben sie mir gedankt und sie haben mir echt sehr schöne Geschenke gegeben. Dann, Master of the Dirt, Master of the Dirt. Und ich will, was Master of the Dirt sagen zu der Österreicher. Sieht ihr, ich habe einen Sticker auf meinem Telefon. Da, guck. Da. Und ich will, was Master of the Dirt machen. Und ich liebe sie, Master of the Dirt. Von klein. Dann werde ich jetzt die erste Geschenke nehmen. Ich denke, dass alle anderen kommen müssen, die alle Shirts zu sehen, weil sie sind so groß. Uh! Sticker. Noch eine. Sticker und... Was? Doch Stickers! Dann haben wir vier Stickers für die Bilder, vier Stickers, fünf, weil ich hab eins auf der Tür drin Und auch ein sehr schönes Hut Das ist die zweite Scheibe Oh, das ist, ich liebe sehr, dieser Logo ist sehr schön Ich hab das in da hinten geflogen Das soll so... Ahhhh Oh, da guck Was kommt's? Oh Oh Ein zweites Geschenk Oh 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 Das ist das Opa Ich danke sehr, sehr. Ich danke euch sehr. Das meint, dass ich mit Felix diese Sachen gemacht habe. Danke. Auch noch. Uh, guck, Masters of Death, hier steht. Masters of Death. Noch ein Hut. Hier steht Masters of Death. Ich habe noch eins mit dieser. Ja, Masters of Death. Und hier steht auch Masters of Death. Noch ein Hut. Noch ein Stikas. Noch ein Stikas. Ich habe jetzt sieben Stikas. Noch ein Stikas. Das sind alle Geschenke. Und tschüss. Und ich sage zu euch, ich bitte euch sehr, danke, 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 danke. Ich danke euch sehr, ich danke euch sehr, danke, 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 danke für alle Sachen, dass ihr sie gut gemacht habt. Und tschüssi. Wir sind alle Gäste. Wir sind nicht in der Mitte. Und wir sind ein Stikas. Und wir sind ja gut. Und wir sind ein Stikas.